hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren folge real farming ls 19 reality auf dem auf der grünfelder land wenn ihr nicht wisst wie das passiert ist dann schaut morgen noch mal bei der folge gestern rein und schreibt mir auch mal rein ob ihr den hier fest anstellen würde den einen kollegen oberhauser oder was ihr mit dem machen würdet und dann überlege ich mal was ich mit ihm machen so jetzt hat sich mal mit ihm weiter so und was und alles roger ja hat er oben noch irgendwelche angebote stehen was zahlt er denn jetzt für holzkohle er hat gesagt wo bleibt der diesel ich bin immer noch müde 416 euro hat er gesagt nicht mehr die 100 euro mehr die werden schon schön gewesen warte mal was haben wir denn hier haben jetzt 2 4 4 6 8 10 12 14 16 ich komme hier auf 14 paletten 2 4 6 jetzt 56.000 56.000 mal 0,4 also das brauchen wir dann nicht also nur mal die warme linkanlage die ausschalten ist da warte ich steig gleich ein ich bin schon drin wer ist das denn eigentlich volker er ist das denn praktikant so langsam 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 und perfekt die scheibe die scheibe rechts hatten sprung musste dann mal reparieren ich ja klar du hast ja gesagt du bist mich einig ich hab nicht glas richtig ja geht es ihnen ganz gut und ihnen ja mir geht's blendend ist schon irgendwie tragisch dass man bereit auf hoch und vor bei dem juckt ja bei mir ist holzkohle in die schaufel gelaufen warte mal ich muss auch von der seite ich habe gesagt wo sollst du ein gewicht mitbringen wo ist denn ein gewicht welches gewicht du weißt doch dass ich keins hab hast du nicht gesagt hab ich dir wohl mal gesagt dass ich kein gewicht hab ich mal ein bisschen mach die man nicht so breit so jetzt nochmal 1 2 ja 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 und ja man stopp stehen bleiben das muss auf instagram ja du mit deinem instagram bin mal wach ja ja social media so gut ah danke dir gerne aber ich habe auf jeden fall noch ein bisschen holzkohle in der schaufel ja das bitte oben abkippen äh hast du ernsthaft? ja da ist irgendeinen sackleck oder zwei ah das kann sein mal guck mal bei mir in die schaufel ja stimmt ja das stimmt passiert aber besser in die schaufel wie auf dem Boden du mal ankoppeln ja äh du kannst gleich mal da bleiben du musst vielleicht schieben oben raus ja kein problem und doch kein money to rollen noch ein stück komm gut so jetzt will ich mal fahren äh nicht nach unten äh nicht nach oben guck dass ihr unten rumdrehst ähm was soll ich nicht mal ähm nach rückwärts fahren und dann gerade der ja das können sie auch machen mach einfach mal ach du heilige scheiße das sind Drehschemel ne ja weiß ich halt kommt eigentlich hinten ein Baum nope hier ist noch Platz bei mir weiß ja Volker ich kann nicht mit Drehschimmel fahren hehehe komm 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 reicht eh schon noch ein bisschen ja reicht eh schon und hör auf ja das habe ich mir gedacht die Bampenkanlage geht eh noch halt rundum leuchten ja zu zweit geht's aber das steile Stück kommt noch da läuft er nicht zwischen Wellen höher 10 kmh und 9 kmh jetzt wird's haarig ja aber alte Case Power ich schaff das ja auf einmal bei den letzten Metern verschanzt das den den Motto von dir ja das wäre doch ein Wunder echt wohin ja geradeaus abrisch abstellen da wo der Ding ist ah wo der Mann äh der Radlader der der Gabelstabler steht ich gebe das auch direkt hin in den Ladepunkt ja musst du vielleicht überweisen das sind 300 Euro mehr als sie danke für die Hilfe gerne doch Achtung ah guck ähm Bin da oben sind ein paar Säcke leer gegangen ja die sind hab ich ja gesagt die sind leck darum war gut dass das in die Schaufel gegangen ist und hier am Boden mhm ja machen wir spannende Lose hier na gut ich bin dann wieder weg Leute danke ciao viel Spaß ciao Bist du hier, dass alle weg sind? Was? Da ist noch einer dran. Oh. Soll ich mal alle runterwerfen? Ja, warte, warte, warte. Ja, die fallen sowieso. Soll ich? Ja, mach. Aber lass den Anhänger ganz. Und den Traktor. Ja. Wem gehört der Traktor eigentlich? Den dritten im Bunde, dem Stefan Müller. Ah, dem Scharfbauer? Ja. Und... Da. Ja, bringt mir nichts. Müsst ihr alle noch mal ein bisschen anheben. Kann man den Anhänger weg, ja. Da steht doch noch eine Palette drauf. Ja, ja. Lass ihn einfach kurz stehen. Ja. Bis wir die verkauft haben. Aber darf ich probier das jetzt? Warte, warte, bring ich die so runter? Ja, lass dran. Ich bin dafür. Ich nehme die einfach so, zack. Und dann fertig. Jetzt kann ich noch schnell die Bremsen hin tun. Bremskabler, jetzt, ne? Gut, jetzt kann sie wegfahren. Warte. Genau. Ne. Wohin sollte ich fahren? Auf mich warten wäre schön. das aus dem so was wollen sie denn jetzt noch sehen hier wenn sie noch irgendwo rein schnuppern arbeiten warte ich bin ja mal beim diesel reinschauen wenn sie wollen was hat der was hat der schweine oder weil wenn ich nicht schon halt dem als maschinenhändler schon gearbeitet habe dann könnte ich doch gibt es da einen maschinenhändler ja gibt es auch und wer ist da zuständig das waren jetzt 23.000 äh das ist äh oh Gott wie heißt denn der früher war es der Herr der Peter der Hans und jetzt ist es der der Neumann macht das auch also zumindest als als Verkäufer den haben sie ja schon kennengelernt und der andere da der Charlie Chaplin ach nee Charlie Krüger ah ja genau weil dann würde ich mal beim Marlon Neumann weil den habe ich eh schon getroffen haben sie von dem eine Telefonnummer ja ja Moment schreibe ich ihn gerade mal auf dann würde ich bei ihm noch ähm auch noch anrufen ah danke ähm wenn sie mal wenn sie mal was ganz tolles sehen wollen dann laufen sie mal da hinten den Wanderweg immer einen Berg hoch aber dann sind sie eine Weile unterwegs ja ja ich glaube mal tschüss tschüss und tschüss nie wieder gesehen ähm so wir haben jetzt gerade 100 knapp 118.000 auf dem Konto jetzt guck mal was der Rest noch so wert ist so Karotten 500 Euro wir müssen ups Entschuldigung unbedingt die Hühner versorgen der Raps äh der Mohn und der Dinkel ist nicht so gut im Verkauf soja haben wir glaube ich auch noch kostet ich bringe auch noch 500 wären 15.000 aber ich werde jetzt zuerst mal den Blaubeer bezahlen denke ich dann ist das nämlich abgehakt klingelingeling ja Blaubeer heute ist Zeitag ja cool so ich habe tatsächlich ich habe es geschafft haben wir noch 100.000 auf der Kante perfekt dann gratuliere ich dir zum Drescher ja vielen Dank Achtung gerne das tut ja schon ein bisschen weh ne ja das kann ich mir vorstellen ding 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 oh da ging was rein ja doch das sieht gut aus vielen vielen Dank äh schickst du mir die Papiere zu ja schicke ich dir per Post gut oder ich bringe sie dir die Tage vorbei weil wir brauchen eh ein paar Paletten hast du Paletten vorrätig Volker äh was Leerpaletten ja Moment ist ja heute Digitalisierung habe ich alles alles äh eingetragen hier Moment äh Leerpaletten wie viel brauchst du ja weiß ich noch nicht genau müsste ich noch mal genau durchschauen so 10 Stück vielleicht ei wo 26 habe ich da ja ich brauche auch ein paar Papierpaletten und so was also da kommt so Papierpaletten da kommt so eine Mischbestellung auf so ja melde ich einfach äh machen wir nächste Woche Papier habe ich glaube ich im Zentrallager eingeladen alles da alles da ja perfekt gut alles klar bis dann mal bis dann ciao so liebe Leute ja Blaubeer ist glücklich ich auch weil Kosten sind bezahlt ja für den Kredit bleibt es kein Geld ist mir aber völlig Banane die können noch ein bisschen warten die kriegen ja auch Zinsen so in diesem Sinne vielen Dank fürs Zuschauen wenn es euch gefallen hat lasst gerne ein Like, Abonnen und Kommentar da schaut morgen wieder rein bis dahin macht's gut tschüss 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 tschüss